Jan Fedder, welche Erinnerungen haben Sie an ihn? Ganz viele. Ganz, ganz viele und nur gute. Und schöne und lustige. Ganz viele Leute sagen, Sie verbinden so viel Lustiges mit ihm. War er ein sehr freudiger Mensch? Er war ein sehr freudiger Mensch. Er war noch freudiger als ich und das wird schon was heißen. Wenn Sie ihn mit drei Wörtern beschreiben würden, welche wären das? Ach, da gibt es so viele Wörter. Ich glaube, da reichen drei nicht aus. Ich sage mal nur eins, Kumpel. Punkt.